Hi Leute, da ist Herr Gusor. Ja, ihr seht jetzt ein Zusammenschnitt von 4 Minuten noch was. GTA 2 Gang Fights mit drin. Die grundsätzliche Datei war 35 Minuten lang und 72 GB groß. Ja, das ist draus geworden. Also ich habe halt alles Unwichtige rausgeschnitten. Und leider ist es wieder nichts mit der Facecam geworden. Ich hatte sie aufgenommen, aber vom Format her kann das Camtasia nicht so ganz verarbeiten. Deswegen muss ich da noch so ein bisschen schauen. Beim nächsten Mal sollte ich das auf die Reihe kriegen. Dann habt ihr ganz normal wieder Facecam auch bei GTA drin, so wie das sein soll. Dann auch denke ich mal, dass das alles klappt mit dem Greenscreen. Packe ich mir dann halt dichter ran und dann sollte das halt laufen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß damit. Und dann, ja, die Gang Fights sind halt einfach mega. Die Karte, vielen Dank da nochmal. Also wie gesagt, man kann halt wirklich nach Gang Fights explizit halt suchen. Und dann kriegt man die halt, beziehungsweise gibt es halt eine Karte, wo das direkt drin angezeigt wird. Das ist mega geil. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch, oder es gefällt euch. Und das war's. Bis dann, viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao. So, hallihallo. Hier ist der Guzua wieder. Und heute probieren wir es mal mit einem Gang Fight. Äh, wo seid ihr hin? Ihr seid nicht schon... Oh nein, das gibt's ja nicht. Ihr seid da schon los? Okay. Ja, 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 alles cool. Scheiße, wie war das nochmal mit, 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 äh, Verstecken hinter irgendwas? Äh, auch cool. Cool. Ah, sehr geil. Okay. Cooles Ding. Oh, die wollen ja Böses. War das oben, oder was? Oben sind wir hier, ja. Okay, okay. Guck mal hier. Oben hier rauf. Oh, schuldigung, was hier geht. Ja, genau. Also oben, der eine ist gekillt hier. Kann ich seine Knarre gar nicht einsammeln. So, wo geht's noch lang hier? Ah, ich glaub... Wie, das war's schon, oder was hier? Hey, du hast geholt, Kaiser. Ja, nee, ist schon klar, aber ich meine, es müssen... Ja, nee, das stimmt, genau. Die hatten wir, also ich hab die auch schon mal alleine gemacht. Und ich fand das einfach mega geil. Also, weil es halt nicht, nicht zu krass schwer ist, sondern so ein bisschen halt. Kopf, wirst du 13. Jetzt hab ich mein T-Shirt wieder in die Hand geholt. Oh, da heult er. Hier gleich noch Munitionen holen. Sind die Supply Drops? Hat ja schon jemand geblindert. Oh, sogar noch 500 Dollar. Cool. Und jetzt nochmal Geld. Oh. Ah, ich mag das ja. Also, selbst wenn ich viel Kohle, sag ich mal, habe, mag ich das trotzdem mit dem... Oh ja, Kohle noch einsammeln und noch ein bisschen mehr machen. Das ist geil. Was macht ihr jetzt? Wollen wir jetzt zur nächsten hinrennen? Okay, die Baustelle. Okay. Sind wir alle da? Jo. Okay. Ja. Okay. Ich renn rein. Oh, das ist so geil. Der sieht ganz gut aus hier für uns, oder? Oh, das ist so geil. 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 Oh, wie sie alle schreien. Oh. Oh, hier ist nochmal Money. Jo, geil. Oh, ich habe drei. Zwei. Immerhin. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Ach, ist noch was da Money, 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 oder was? Geht zum Kleinblock, ne? Oh, geil. Noch mal 13 Dollar. Yeah. Alter, geh mal ein Döner essen von, Alter. Ja, das wäre schon der Anruf gewesen, den ich vorhin vergeult habe. Ja, genau. Plus Zinsen. Welche Monodiversum zahlt man dann 10 Dollar für einen Anruf, ey? Sollte ich jetzt vielleicht mal darüber nachdenken, einen Land wieder zu wechseln. Ja, irgendwie sprich hier. Äh, Kors GTA. Okay.